Nicht nur der, der Karten spielen kann, im Publikum. Und Jelena Vitrychenko ist jene junge Dame, die das Risiko eingeht, ihre Punkte zu verdoppeln. Kommt sie perfekt durch, wird sie einen Bonus geben, nämlich den Doppelten. Macht sie einen Fehler, verdoppelt sich auch. Der Abzug. Also, der Spannungsbogen wird noch um einiges übertroffen, was bisher lief. Jelena Vitrychenko wünschen wir, dass der Joker richtig gesetzt ist. Jelena Vitrychenko Da gab es kleinen Bandsalat. Also, kommt sie wieder in den Rhythmus der korrekten Bandbewegungen, die Weltmeisterin des Jahre 96. Ja, jetzt kribbelt sie in der Halle, 2500 finden das zwar stark, was sie gemacht hat, aber die Kampfrichterinnen werden es wohl gesehen.